Musik 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 Plus 2% aber nur, ne? Er hat mir gekuschelt. Uff, hat der Leben! Es geht mir darum, dass es stärker wird. Uff! Ja, gut, Marcel. 75.000 Leben kann man mal machen. What the fuck? Also, der wird nicht mehr sterben. Geht ja noch. Könnte mehr sein. Stell dir vor, den du jetzt kriegst, der hat einfach plus 500% angeschaut. Meiner hat plus 800%. Ja, alles. Loi. Uuuh, hat sich doch geändert! What the fuck? Wie viel hat er? 25.335,3. Angriff. Ja, da kam Schaden. What the fuck? Ich will nicht wissen, was Lars lächert. Dann will ich das nicht wissen. Weil wenn hier 0,01 ist, ist die, also gerade die Zuwendungsdauer bei 0,001. Und es ist wirklich wenig. Wir hatten vorhin auf, was hast du gemacht? Auf 100, den Kabel-Timer, also Zuwendungs-Timer. Und da hat es einfach 33 Tage gekauft. Ja, und ich habe das andere dann auch nochmal runtergestellt, weil ich nicht wusste welches was ist. Und es könnte vielleicht das jetzt gewesen sein. Ja, egal, ne? Also... Nimm mal mit! Nimm mal mit! Ich werde mir jetzt irgendwo... Ich werde mir jetzt irgendwo einen Raptor ziehen. Ah ne, dafür brauche ich Kibbel. Was ist da oben? Das goldene? Hm. Was ist gestalt? Keine Ahnung, du hast ein Schwefel. Fucker. Ja, das ist ein Schwefel, stimmt. Naja, fucker. Das ist was anderes. Weg! 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 Das ist kein Schwefel! Au! Er punched mich! Er gibt mir Faust! Weg! Weg! Ja. Lass mich in Ruhe! Okay, wenigstens müssen wir denn steigen Golemnitz. Jo, warte ab, bis ich mit meinem Drachen wiederkomme! Oh oh. Oh oh. Was ist denn? Der Lercard bricht aus? Ach, Scheiße. Ich bin eingeschwert von Lava. So sind die Dinos ausgestorben! Warte, ich schick's im Vulkan einfach. Steck, steck. Das andere? Ja. Ein grauer Haar. Ich mach mir aber so ne Affen-Gang, alter. Die Affen-Gang. Ja, das ist die App-One. Oh, schon ohne gezähmte Abbau. Oh, oh. Versehen wir den anderen nach hinten auch noch mit. Piss! Dixie-Komm und Donkey-Komm. Magst du bitte einfach irgendwas ausentürfen? Ich komm gleich. Ich weiß, wie ich es nenne. Ich nenne es ja Ape-Crime. Ah ja, ist ja nicht so, als hätte ich dir grad gebracht. Okay. Ist das super? Ein Witz, dass wir jetzt ja Ape-Crime nennen. Hast du nie? Die Affen-Gang. Wir kommen einem weiter, denn die Stadt muss ein. Wir sind die Affen-Gang. Ach. Das stelle ich nachher rein. Geht's um zu. Alle rein? Wie sie laufen. Was ist denn das da? Er ist gleich down. Ja. Ja, aber der andere ist fast down. Das ist Level 77. Da kommt noch einer. Der kriegt aber das Schwert von John Schnee. Ja. Oh, kein Charme. Belastend. Der andere. Der andere. Fisch. Ja, ich kann's einfach auf den draufschieben. Den Kämpfen. Da kann ich dir Fisch geben. Ich bin noch an Luft, alter. Hallo, Game. Das Katamati. Doch. Hä? An der Luft. Hä? Guck dir an, wie schnell das Ding ist. Und dann zu mir sagen. Ja, wir haben langsames Haus. Walter, dann mach ich mich schon mal daran, Beeren zu farmen. Ja, mach das. Ich kann mich irgendwie. Wir machen wohl scheiße, alter. Mir stellt einfach die Dodo vor, alter. Jetzt wird ein gekochtes Fischfilter, du Hurensohn. Ja, dann ist es okay. Dann reicht das. Das ist auch so schnell genug. Er hat jetzt schon eine Bewegungsgeschichte von 300%. Standard. Aber das andere können wir nicht einsehen. Ich glaube, wenn wir ein Level-Up verteilen, dann sehen wir es. Ähm. Dann müssen wir gleich mal gucken. Dann halt der sich gleich hoch. Und dann greifen wir mit dem irgendwas an. Irgendwas klein. Ack am Schaden. Ja, hat er genug. Das ist einfach alles weg. Das ist ja unser stärkster Dino. Das ist ja unser stärkster Dino. Ich skill den auf Ausdauer. Das ist ja unser stärker. Das ist ja unser stärker. Das ist ja unser stärker. Das war 34.000. Go ahead, wir wollen ihn! Wo ist dein Problem? Wo will ich hin? Ha, ha, ha. I şöyle mal, was er bei mir! Oh. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo bist du? Er ist... Er ist in den Kapp gehauen Wo ist er hin? Dodo? Ich glaub wir haben irgendwas blödes losgelassen Ja Magst du als du den Dodo lang fliegen sehen? Nein Ich hab ihn gefunden Hab ihn bald Was ist das Killer? Wo? Was macht der da? Wo ist er? Du darfst ihn nicht auf Folgen haben Ja, wenn wir so kämpfen Weil sonst... Irgendwann war halt einfach zu schnell Okay Das mach ich auf jeden Fall Das Monster ist gezähmt Worm kommt dann ab in den Pokéball, Alter Ja Das ist ein Baby Das ist ein Baby-Tick-Segger-Tops Das ist ein Baby-Tick-Segger-Tops Was tut der? Warum tut der denn? Das ist ein Baby-Tack Du darfst ihn lieber Das ist ein Baby-Tack Das ist ein Baby-Tack Oho Das ist ein Baby-Tack Das ist ein Baby-Tack Wenn ich den Oh, wo ist er? Heißt du, Bram? Komm, komm, wir gehen mal zu Max. Oh Gott, Bronto! Nein! Meier! Ja! Warum laufen hier noch mehr Bronto-Bibis rum? Was? Wir müssen wahrscheinlich so geschlüpft sein wie er. Vier Stück! Vier Stück! Ich bin gerade lang geflogen und habe die ganze Sau ausgarten. Alter, mein Kack ist fast tot, ne? Er hat einmal richtig gebissen. Oh, hier ist eine riesige Bronto-Bibis rum. Aber warum wachsen die? Wie? Äh, keine Frage, krass ja. Okay, ich verhungern. Wie? 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 Ich hatte gerade Null Chance, was zu machen. Ich wurde gerade von einem Elektrofisch angegriffen. Der hat sich verletzt. Alter, f*** mich doch nicht spiel Hat ja eigentlich nicht gut Der andere hat jetzt 20.000 Untertitelung des ZDF, 2020